Der sogenannte Backman ist eine Gestalt, die man in vielen verschiedenen Kulturen kennt. Erstaunlicherweise geht er überall auf dieselbe Art vor. Man sagt, er frisst Kinder, wobei er besonders den Braven auflauert. Die Furcht und die Angst der Kinder sind sein Lebenselixier. Er lockt sie in seine Höhle mit Spielzeug und Süßigkeiten. Und wenn die Angst der Kinder am größten ist, dann packt er sie in seine Tasche. Backman? Eine alte Gespenstergeschichte, die Dad erzählt hat, damit wir brav sind. Ich war mir sicher, dass er an mein Fenster klopfte. Seit wir wieder hierher gekommen sind, habe ich dieses ungute Gefühl, dass er sich Jake holen wird. Alles okay, Jake? Es gibt ihn wirklich. Komm doch her! Du kannst wegrennen und dich verstecken, aber er weiß immer, wo er dich findet. Ich bin wirklich. 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 Vielen Dank.